So, liebe Freunde, wir haben im letzten Part Maxwell besiegt. Freut ihr euch immer noch, so wie ich? Das ist Wahnsinn. Auf jeden Fall werde ich jetzt die Verteidigungs-Siegel um, obwohl Champion Access ist ja, ich glaube, grün ist etwas schwächer, blau ist dann besser und von den Farben her heißt es, glaube ich, immer so von der Stärke her. Stärkte Verteidigung, ja, aber obwohl brauche ich eigentlich gar nicht. Ist in Ordnung. Meine Einheiten halten so wie durch, das ist eigentlich sowas von egal. Da kann ich dir ruhig diese Sphären geben. Ähm, ja, wir müssen jetzt weitermachen. Wir haben St. Lamia erledigt, können also wahrscheinlich ein neues Gebiet erkunden. Black Scream! Oh, Fürst Lucius! Was hat der Meister von uns zu sagen? Du, Darkie, der du Maxwell, den Schöpfergott, besiegt hast. Die Krise, die durch die vier gefallenen Götter ausgelöst wurde, ist noch nicht beseitigt. Um dieser Welt, die so sehr von Trauer durchdrungen ist, neue Hoffnung zu geben. Du musst deiner Macht vertrauen und weiter voranschreiten. Aber gerne noch, Fürst Lucius. Ich mach doch alles für dich, Fürst Lucius. Yeah, wir erkunden ein neues Gebiet, hoffentlich. Cordelia haben wir immer noch offen, aber ich denke mal, das können wir so ein bisschen nebenbei ruhen lassen. Wenn wir in einem neuen Gebiet wieder nicht klarkommen, dann können wir gerne mal wieder ein bisschen ausweichen. Und da ist Amdal. Ich glaube, das ist das erste Gebiet, wo es Drachen-Mimics gibt. Also eine unglaublich starke Einheit, die wir auch bekommen können. Du bist spät dran! Was hat dich aufgehalten? Ich warte schon sehr, sehr lange auf dich, Darkie. Glaubst du nicht, dass du jetzt etwas zu ruhig hast angehen lassen, seitdem du Maxwell besiegt hast? Hehe, Bingo! Ich sprach mit Lucius, bin gerade selbst hier angekommen. Egal, als nächstes steht die Inselgruppe Palminia. Auf dem Plan. Nachdem ich in St. Glamier gesehen habe, wie mächtig du wirklich bist, setzt sich dieses Mal große Hoffnungen auf dich. Geben wir alles. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, was es jetzt so schönes zu machen gibt. Und, oh, die Beschwörerhalle von Arkhas hat bestimmt was. Imperial Capital Randall. Gibt es was Neues? Gibt es, äh... Hm, interessant. Entschuldige die Störung. Ich habe neue Informationen von unserer Geheimdienstabteilung erhalten. Anscheinend wurde die Barriere, die die Inselgruppe Palminia beschützt, durchbrochen. Ja, ich habe den Bericht erst vor kurzem erhalten. Es scheint, als entwickelten sie einen ganz immer größeren Ehrgeiz. Ich untersuche den Fopfer sofort. Nein, geh deinen üblichen Pflichten nach. Ich kann nicht zulassen, dass mein wertvoller Untergebener in das verwickelt wird, was immer diese Bande plant. Danke. Nun, dann sollte ich wohl mit meiner Arbeit weitermachen. Ja, was das für Leute sind, ich weiß es nicht. Paris und Ereo, die sind ziemlich edel aus. Ich denke mal, sie sind ziemlich stark, wenn man gegen sie fighten sollte. Die vier gefallenen Götter. Es heißt, dass sie die Macht haben, ganz groß gar nicht zu zerstören. Ich möchte herausfinden, wie mächtig sie wirklich sind. Ja, da haben wir also schon mal seinen Plan herausbekommen. Aber das eigentlich recht eindeutig ist, weil jeder will die großen vier Götter stürmen. New Lipdorf, New Area. Dann schauen wir mal, was hier abgeht. Ist Tillis wieder her, aber nochmal. Dieses ist ein ziemlich bedrückender Ort. Anscheinend haben auch hier Kämpfe stattgefunden. Wie tragisch. Wir müssen alles unserer Machtstelle tun, damit dies nicht noch einmal passiert. Oh, Darkie, was für einen zuversichtlichen Ausdruck du im Gesicht trägst. Dann los, machen wir diesem frechen Karnis den Garaus. Hä? Wer Karnis ist, fragst du? Oh, tut mir leid. Ich habe dir nichts über ihn erzählt, oder? Tja, dann ist jetzt der Moment gekommen, an dem Tillis eine Geschichte erzählt. Dies hier, die Inselgruppe Palmyna, wird von Karnis, dem Böswilligen regiert. Eine der vier gefallenen Götter. Unser aktuelles Ziel ist es, Darkie, ihn zu besiegen. Und du musst dich vorsehen, denn er ist viel stärker als Maxwell. Aber kein Grund zur Sorge. Tatsächlich ist der Großteil von Karnis Macht im Moment versiegelt. Es heißt, dass sie während des Großen Krieges in den tiefen Regionen von Palmyna versiegelt wurden, an einem Ort, der als Geisterwelt bekannt ist. Es muss, abgesehen von dir, Darkie, noch einige andere beeindruckende Menschen hergegeben haben. Moment, Sekunde mal. Das bedeutet, dass Karnis dieses Land dir regiert, selbst nachdem der in seiner Macht versiegelt war, nicht wahr? Vielleicht ist er sogar mächtiger, als ich es mir vorgestellt hatte. Egal, wir müssen ihn so oder so erledigen. Es wird dir jedoch bestimmt leicht fallen, Darkie. Ich muss los. Ich muss noch weitere Recherchen zu Karnis durchführen. Viel Glück. Ja, wenn er so leicht wird wie im Maxwell, dann denke ich mal, ist das auch keine allzu große Schwierigkeit. So, wir schauen gleich mal an. Palmyna am Dal. Im Wiki, was es hier so schönes gibt. Und zwar ist das erste wieder der Feuergebiet. Es ist immer so die gleiche Reihenfolge. Feuer, Wasser, Erde, Donner, Licht, Dunkelheit und das Finale. Narbe des Kriegs. Zehn Energie, acht Kämpfe. Am Dal gehört zur Palmyna-Inselgruppe. Unter der Herrschaft Karnis, dem boshaften Nahe des Eingangs, sieht man eine durch den Krieg verwüstete Stadt. Ja, interessant. Es gibt hier also... Oh, hier kann man also Fusionsmaterial bekommen. Feuer, Geist und Feuer... Ja, Feuer, Geist zum fusionieren. Und Feuer, Spirit, also diese Feuergeister zum entwickeln. Und, ja, da das Feuer dabei ist, würde ich sagen, nehmen wir eine Ice Unheavened. Äh, der ist zu schwach, leider. Blitzwickler ist uncool. So, ich glaube, der war Verteidigung-A-Mäßig, ne? Naja, aber auch, äh... Dann nehme ich lieber Doppelblitzwickler mit. Alles klar. Gut. Ähm, sehr starkes Dottie nicht. Komm, wir sind jetzt auf jeden Fall kurz vor dem Bossgegner wieder. Ähm, lass mal ganz kurz auffüllen. Obwohl ich das... Ne, ich bin nur... Ich werde es mal ganz kurz umsetzen. Ähm... Hä, gute Frage. Heiliges Wasser, die ich noch mit uns ist die Melanzen. Die muss ich nicht unbedingt benutzen. Jetzt, das ist, äh, kein Problem hier. Okay, alles klar. Dann sehen wir uns... Auffüllen. Kurz vor dem Bossgegner wieder. Ich freue mich. Wir sehen uns dann gleich wieder. Bis gleich. So, Leute, auf geht's zum Boss hier. Ähm, ich habe sogar auf dem Weg. So, so ein Ifrit besiegt. Ähm, alter. Wie viel der durchgehalten hat. Der war... Der hat irgendwie, keine Ahnung, 30.000 Leben wahrscheinlich. Ich muss so viel angreifen, äh, so viel draufhauen. Ähm, er hat unglaublich viel ausgehalten. Ich gehe mal ganz so mit Zeit, laut Claire ist ein bisschen auf Defense. Ähm, na, jetzt wollte ich eigentlich... Ach, scheiße. Jetzt war ich etwas überfordert. Ähm, also der Ifrit hat unglaublich viel... ...leben gehabt. Ja, okay, die Serbrus. Aber, ja, war klar, dass ich auf den drauf gehen, logisch. Aber es macht auch nichts. Dafür ist er schließlich da, so ein bisschen zum Tanken. Ich werde auf jeden Fall noch eine Runde warten, denke ich mal. Das war, glaube ich, eine Verschwendung. Das war sowas von einer fucking Verschwendung. Scheiße. Egal, macht nichts. Ähm, so schwer ist es nicht. Drei Serbrus und ein Feuerdrache. Wenn ich das ruhig übersehe. Also, Fire Dragon muss der Feuerdrache sein. Ähm, ja, das kann ich heilen, das ist wunderbar. Das passt, das ist wirklich super. Ja, ein Feuerdrache-Angriff hat, äh, die Chance, äh, zu schwächen. Deswegen, ihr seht ja auch immer die, die zerstörten Verteidigungs... Die zerstörten Schild... Au. Das tut meinem Zeitlord Claris weh. Du bist böse. Ganz böse, aus mit dir. So, kann man den Serbrus zuerst töten, das wäre echt geil. Ich glaube, ich muss mal alles rauffauen, der ist immer noch nicht tot. Scheiße. Ähm, bitte mein Zeitlord Claris sich töten, das wäre echt geil. Wäre echt Knorke von dir. Au, 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 au. Ganz böse. Gut, dann greifen wir mit dem Restlichen hier, den hier an, würde ich sagen. Sollte reichen, genau. Und hier, zweimal Diamant-Rebell. Juhu. Ja, meinetwegen soll die Zeitlock Claris das verrecken. Obwohl, hä, hätte doch nicht verrecken sollen. Gleich geht es um ein paar Heilkristalle. Nein, natürlich nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ah, nicht noch ein Feueratem. Juhu. 28 Leben. Ich bin der Beste. Oder meine... Oh, die kriegt ja gar nicht viel Leben wieder. Na, ich glaube, Zeitlock Claris muss langsam abdanken, die Heil zu wenig. Die Heil zu wenig. Ich brauche einfach eine gute Mega, äh, doch eine gute Mega-Rare-Karte, äh, Einheit. Die richtig krass Heil, der ist Sandler Claris 7 Level 3. Äh, Sternchen 3, müsste ich glaube ich sein, Sternchen 3 oder Sternchen 4, müsste ich die haben. Hierfalls nicht alles, ist normale Einheit, der einfach nur die hochgeboostet wurde. Ja, auf jeden Fall muss ich irgendwann ausgetauscht werden, dafür brauche ich aber Juwelen, ne. Und für Juwelen brauche ich erstmal neue, neue Mission muss ich ja fertig machen. Auf jeden Fall, vielleicht, wenn ich mir auf jeden Fall mal ein paar Juwelen kaufen. Ich hatte letztes Mal auch schon so eine, diese App hier, die es ja auch für, für alles möglich gibt, wo man halt so Angebote machen kann und dann halt Punkte sammeln kann, um dann was einzutauschen. Aber Fronto hieß die, glaube ich, nach Frodo, Fronto oder Frodo, äh, hat mir noch zu lange gedauert. Ich glaube, wenn ich richtiges Geld da reinstecke, dann, äh, das schont meine Nerven, das spart Zeit. Ich glaube, auf jeden Fall, ich will mir irgendwann mal ein Juwelen holen, wenn es mal wirklich richtig krasse, äh, Angebote zum Beschwerden gibt. Ja, hier haben wir einen Ork, der unglaublich mächtig ist. Äh, jetzt Nummer 260, da gucke ich mal ganz gut Sachen, der Unit-List. Der ist ziemlich stark auf Stufe, ich glaube, der war ziemlich stark, ne, das war, äh, 100 bis 200, was gucke ich, 200, was gucke ich bei 100 bis 200. Ah ja, Ork oder Ogre, dann halt als, als Nachentwicklung, ich weiß gar nicht, ich glaube, der wäre mega stark gewesen, oder? Dann habe ich mich jetzt vertan. Ich glaube, ich habe mich vertan, ist ja auch egal, ist, normale Einheit. Der Rest ist wieder alles das, was wir schon mal hatten. Ja, Ulippdorf geht natürlich immer weiter. Äh, ach, Leute. Ich muss mal ganz kurz ein paar Sphären verkaufen. Die Ruhmisklinge war, glaube ich, Müll. Ich glaube, die hat nur 5% Verteilung oder so gegeben. Oder, ja, stärken an um 5%. Kann ich mal wegmachen. Äh, Drachen, was macht der Bestienpanzer? Gut, kann ich auch wegmachen, den brauche ich jetzt auch nicht wirklich. Naja, komm, auf Ja drücken. Ich weiß, wie viel die ganzen Gegenstände hin sind. Also gefühlt sind das gar nicht so viele, aber ich glaube, das, äh, summiert sich auf die Dauer. Ah, okay, Grünkraupfen kann ich mal einmal verkaufen. Da haben wir auch schon ein neues Stück von. Für ganze 297 Cell. Ja, das ist natürlich die, die Taktik von, äh, von den Entwicklern von Brave Frontier. Das ist so, die Lage kann man ja ausbauen für ein Juwel. 5, äh, Dings. Und die hauen so viele Ressourcen raus, dass man es einfach machen könnte. Oder aber man managt sich halt so ein bisschen. Ähm. Okay, wir machen mit der Quest weiter. Es geht weiter hier. Julep Dorf. Ein, ein Kampf schafft man noch, denke ich mal. Bei 11 Minuten 30 bin ich gerade laut meiner Stoppuhr. Verlassene Ruinen. Zehn lang hier acht Kämpfer. Hinter den beschädigten Häusern liegt nichts als hitzige Ruinen. Ob diese Flammen die Art von Monstern ist? Äh, die Arbeit von Monstern ist? Zuko. Danke, Zuko. Du bist mein Freund. Ich liebe dich. Deine Kommandant, äh, Mega ist einfach mega krass. Aber Kommandant Mega hieß er einfach noch gewesen, ne? Genau. Ja, der wird 5100 fast 80. Sehr schön. Und wir sehen uns gleich vor dem Boss-Gegner wieder. Damit ihr die langweiligen Kämpfe nicht, äh, sehen müsst. Ja, wir sehen uns gleich. Beim Boss-Gegner anbekommen. Also nichts Besonderes passiert auf dem Weg bisher. Aber wir müssen, wir müssen ja mal nachgucken, was es hier überhaupt gibt in dem Dings. Oh. Okay, also wir hätten, äh, Gegengiften, ne, Gegengifte nicht dabei. Ähm, wir hätten vielleicht ein Gegengift mit dem, ist auch egal. Ähm, Landshare ist hier dabei. Warlock Lisa und, äh, Meister Dieb Leon müsste das, glaube ich, sein. Dann würde ich sagen, Zeitlog Claris verteidige ich mal. Schauen wir mal, ob Hexter und Lisa vielleicht irgendwie mal down kriegen. Nö, Gott, ist die Tanki, ey. Holy Shit. Ist schon einer tot. Ich sehe nur noch zwei. Tatsache, einer ist schon abgenippelt. Der Headthief Leon, ähm, der uns vergiften konnte, ist weg. Den haben wir weggeputzt. Ja, also, äh, muss ich sagen, ist ziemlich stark geworden. In dieser Entwicklungsstufe. Also, die Siemer-Kombo ist schon echt geil, vor allem auf AOE. Gesehen ist das schon nicht gerade unübel. Einer, die Haut und sieh das mal eins mit der Bratpfanne. Ne, ist das eine Bratpfanne? Ist das eine Bratpfanne? Ne, sehe ich gerade nicht so wirklich. Aber sie ist jeweils unglaublich tanky. Ah, okay. Kochkönnte, sie heizt sich jetzt mal um 4000 plus. Und kriegt ein bisschen Damage dazu. Lese ich auch gerade. Ähm, das bringt mir aber nichts, weil die vielen auch ins Leben sind jetzt schon wieder weg. Ach so, diese Feuereinheit. Ah, okay. Stimmt, ich habe jetzt irgendwie an, 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 an Dings gedacht, an Pflanze. Aber nein, das sind wir ja noch gar nicht. Wie sind die hier aktuell wirklich noch im, äh, in die, in den Feuer, in dem Feuergebiet? Das ist ja logisch. Ähm, dass die da noch Feuer ist, ne? Deswegen habe ich ja Suche mitgenommen. Weil er so einen kleinen elementaren Vorteil hat. Das kann aber wirklich arschlange dauern. Bis zu viel und drüber tot ist. Also ist ja Wahnsinn. Wie viel Leben hat die bitte schön. Ich, ich ziehe da auch locker immer wieder, keine Ahnung, 10, 15.000 weg, oder? Pro Runde? Kann durchaus hinkommen. Und trotzdem überlebt die so unglaublich lange. Aber jetzt ist das mal alles zusammenzüglich locker, locker 10.000. Locker 10.000. Kochkünste. Yay! So, hauen wir mal eine Heilung raus. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich Raumstrahlen benutze in dem, äh, in dem, in dem Level. Vor allem habe ich sie wirklich gebraucht. Die Kampfkünste, äh, die Kampfkristall haben uns, äh, die Heilkristall haben mich immer ziemlich gut nach oben am Leben gehalten. Ah, ich gebe der Lunge ja noch zwei, maximal drei Runden. Au! Alter, die ist doch Feuer. Warum macht die so viel Charme beim Essie? Was bin mir der falsch, ey? Die haut mir jedes Mal einen Griff rein. Krass. Krass, krass. Ja, ich gebe zwei Runden, maximal. Ja, ist ja auch weg. Äh, das gibt's doch nicht. So knapp. So close. Alle, die Haut meiner Zeitlock. Klar, ich sehe das mal irgendwie eine fette Bratpfanne in die Rübe. Jedes Mal. Komm, ja, Leuchtkäfer gebe ich noch raus. Himmlischerer, es sieht mir mega, dieser Brave Pass sieht unglaublich geil aus. Juhu. Mega cool gemacht, auf jeden Fall. Freut mich immer, das zu benutzen. Alles klar, Lunge ja ist besiegt. Also, außer wirklich extrem viel HP hatte sie nicht viel. Ähm, ja. Sehr schön. Freut mich. Nächstes Level wird ziemlich spannend, glaube ich. Könnte stark werden. Gut, aber wir haben es abgeschlossen. Ähm. Ein Heftfeder in der Dämonenkleid. Das sind alles Dinge, die ich, glaube ich, noch gar nicht hatte, oder? Halt neue Items jetzt. Ja, aber der Part ist vorbei. Deswegen muss ich jetzt leider, leider beenden. Das ist unglaublich schnell, wie krass, wie schnell die Folgen vorbeigehen. Das finde ich auch. Ja, wir sehen uns im nächsten Part wieder von Brave Frontier. Ähm. 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 Am Dal, genau so hieß es. Ähm. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr irgendwas zu bemängelt habt, Kritik, Verbesserung, Vorschläge, äh. Und so weiter. Alles gerne in die Kommentare. Ich freue mich immer wieder. Bis zum nächsten Mal dann. Bye, bye. 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 Bye.